Was war die ganze Zeit eng? Es war die ganze Zeit eng. Eigentlich hatten wir die ganze Zeit. Wir waren immer hinten dran und haben immer versucht, ranzukämpfen. Ich glaube, wir waren bis zu 55. Minute, haben wir immer zurückgewegen. Und dann am Ende des noch zu drehen ist natürlich überragend. Also in erster Halbzeit hat ja eigentlich ziemlich alles geklappt. In der zweiten Halbzeit habe ich dann wenige Aktionen gehabt an sich auch. Am Anfang auch vielleicht doch den einen oder anderen Fehlpass gespielt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es halt echt... Kann ich mich nicht beschweren. Es war geil heute. Heute waren unsere Zuschauer endlich auch lauter als die Gäste trommeln. Also es hat super Spaß gemacht dann auch bei so einer Atmosphäre, so vielen Leuten. Es ist dann einfach das, was man sich wünscht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.